Jemm & Ladyboys 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 Ein geiler Verein Ladyboys 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 Love story Twilight Damn girl I make you mine Let's be together Quality time For so long Ryan solo And to what's your name She said Coco 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 Peanut butter Choco Your kiss tastes so sweet So foul Coco Coco Peanut butter Choco Someday I will make you mine From the window To the wall To the wall Love this lady From spring to fall From the window To the wall To the wall Late night works For a call So Wir wurden irgendwie alleine gelassen D-Rock ist irgendwie im Urlaub Haben wir erfahren Und wisst ihr wie? Als wir vor der Boybandvilla standen Und keinen Schlüssel mehr hatten Wir sind jetzt hier bei irgendeinem Kumpel Abgestiegen Sag ich jetzt mal Weil D-Rock irgendwie runtergetaucht ist D-Rock hat den Schlüssel mitgenommen in Urlaub Ich hab keine Ahnung wo der ist Meiner Meinung nach sollte die überhaupt schon längst wieder zurück sein Keine Ahnung was der hat Ich glaub der Typ hat irgendwie ein Burnout-Syndrom Ich weiß es nicht auf jeden Fall ist er weg Funky Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über Koko Koko Wie wir das Video da irgendwie machen sollen? Also ich glaub wir brauchen sowas Ist ja 2011 Wir brauchen sowas futuristisches Neues animiertes So halt Effekten so Aber sowieso Wie bei diesem einen Video von dieser Boyband Ah O-Town O-Town Liquid Dream ist schon ganz schön cool Aber wer soll das bezahlen Das Special Effect Nies ist gar nichts drin Wir wohnen gerade in der Wohnung vorm Kumpel Wir können höchstens hier so Nebelmaschine Aber auch nicht mehr viel Aber guck mal Ich hab hier gerade geguckt Backstreet Boys Backstreet Boys war noch ganz groß Hier guck mal I want it that way I want it that way Vielleicht können wir uns auch am Flughafen stellen Direkt so am Flughafen Dann können wir uns auch vor Flugzeugen tanzen Das ist geil Das ist krass Funky Alter Was machst du hier? Alter ich kratze mich am Bein Ich suche hier ein Video Ich hab hier Britney Spears gefunden Hit me baby one more time Das ist geil Ich glaub wir brauchen ne fette Tanzszene auch So richtig mit Choreo sowas Jahrhundertwesen Wir sind ja in Boy während des Jahrhunderts Und das ist doch auch von Mexi Boys Everybody Everybody Yeah Yeah Everybody Yeah Everybody Yeah Aber noch krasser Mit Regen und weißen T-Shirts Weißt du Weißt du Mit den Mädels was zu gucken haben Spielen so durchsichtig Let's stop this tonight Das ist halt Bis wir noch trainieren Bis wir noch trainieren gehen Du vielleicht Du hast ein bisschen was essen hier Ja das ist nochmal angetan So Freunde ihr seid gefragt Ihr könnt ja auch entscheiden einfach was man für so ein richtiges Boyband Video braucht Also wenn ihr ne Ahnung habt Oder ne Vorstellung habt Was wir für unser Video für Coco Coco brauchen Dann schreibt dir einfach einen Kommentar Direkt unter das Video Und wir gucken ob wir das vielleicht irgendwie einbauen können In unser Coco 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 Regen 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 Yeah